Jo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem allerersten Tiny Tina Wonderlands Waffenguide. Heute geht es um das Nadelkissen der Fröhlichkeit und dazu begeben wir uns hier hin nach Knoll Drift. Wenn ihr hier seid, dann am besten so hier die Station, da wo ich bin. Ja, das ist Knoll Drift, was vom Treibholz übrig ist. Und wir wollen hier unseren Zombie-Pilz-Kollegen, der hier so gesehen ganz am Ende erscheint. Den wollen wir dann also fahren. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob das Ding fällt. Ja, das sieht gut aus. Da ist der Hammer. Nadelkissen der Fröhlichkeit. Ja, da ist sogar ein Chaotisch. Gut, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Ja, wenn ich mich über den Daumen nach oben freuen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das und wenn ihr Bock drauf habt. Ja, dann sind wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Haut da rein.